Die Fabriken kämpfen mit den Armen, die Konzerne kämpfen mit den Konzernen und so weiter und so weiter. Wie sollen da mit mir nicht die Völker mit den Völkern kämpfen? Solange wir leben können, indem wir unseren Schritt machen, solange es heißt du oder ich und nicht du und ich, solange es nicht um den Vorsprung geht, sondern um den Vorsprung, solange wir Krieg finden, solange es Kapitalismus geben wird, solange wir das Ding geben. Musik 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 Wir haben noch einen Schrank für euch. Musik